So, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf diesem wundervollen Kanal. Wir schauen uns mal wieder eine Demo an von dem Spiel, was demnächst erscheinen wird. Und zwar e-Startup Business Tycoon 2, zugegebenermaßen. Ich habe die 1 nicht gespielt, aber die 2, die jetzt hier als Demo erstmal zur Verfügung steht, beziehungsweise dann auch demnächst irgendwann rauskommt. Sagen wir jetzt erstmal rein von der Optik her, ist auf Unity by the way, rein von der Optik her, doch recht interessant aus. Und da sich es ja mit neuen Spielen momentan auch wieder sehr mau verhält, es kommt zwar demnächst wieder ein bisschen was raus, habe ich mir gedacht, ey, gucke ich mir einfach mal an, zusammen mit euch, und vielleicht taucht es ja was und man kann es später mal aktiver spielen. Oder es taucht halt nichts und wir haben es in dem Video dementsprechend festgestellt. Die Demo kann auf Deutsch gestellt werden, man kann nicht wirklich viel einstellen, also die Auflösung, Vollbild, Musiklautstärke, Hauptlautstärke, FX-Lautstärke. Und es ist halt im Endeffekt auch wieder ein Tycoon, also sprich, wir haben so eine von oben schräg an Aufsicht da, und es geht halt dementsprechend um e-Startup, also um Business, also sowas wie Mad Games Tycoon 2, war ja ein geiles Spiel, kann man bis heute immer noch spielen, aber halt nicht auf Videospiele fokussiert, sondern halt auf alles Mögliche. Schauen wir mal, ne, ich habe ja mittlerweile Spaß an sowas, also why not, why not, gucken wir mal hier, zufälligen Namen generieren, Ideal Investors Concept Product Wave Labs, ja, wir nennen uns einfach die, ja, wie nennen wir es denn einfach, ne, die Startup GmbH, ne, Färtsch aus, Miggi Mäus, GmbH, Name des Chefs, selbstverständlich, Olaf Schubert, er kennt nicht, starten. So, ihr seht schon, dass so sehen die Charaktere dann am Ende des Tages aus, läuft soweit. So, also, grafiktechnisch gesehen, ein bisschen bunt, ein bisschen verspielt, aber finde ich ja eigentlich immer ganz geil. Kamerasteuerung haben wir hier, halt, äh, Mausrad gedrückt, um die Kamera zu drehen, Rechtsklick, um die Kamera zu ziehen, äh, soweit, so klar. So, freut mich, dich kennenzulernen, mein Name ist, äh, Bobby, und ich bin ihr neuer Berater. Zum Start stellen wir einen Designer ein, indem sie auf das Menschen-Symbol klicken, im unteren Mitarbeiter-Tab klicken, suchen sie nach Designer, stellen sie einen ein, um mit der Konzepterstellung zu beginnen. Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter suchen, Designer, äh, der Designer erstellt Konzepte, die es dem Ingenieur ermöglichen, Produkte herzustellen. Alles klar. Da haben wir die Designer-Bewerbung, Gasel-Dall, Monatsgehalt 2,5, 2,5, 2,7. Okay, aber hier scheint es noch keinerlei Indikatoren soweit zu geben, nur dann stellen wir den günstigsten ein. Jo, sehr schön. Wunderbar. Machen wir das Ganze zu. Stimmung liegt bei 99%, Stufe 1, 92 Dollar am Tag, Status Arbeiten. Man kann ihn in den Urlaub schicken, man kann ihn bearbeiten und man kann ihn entlassen. Freut mir. Als nächstes benötigt, äh, unser, äh, Designer einen Arbeitsplatz. Öffnet das Konstruktions, äh, Modus, oder den Konstruktionsmodus, den Sie auf das Einkaufssymbol klicken, finden Sie Möbel, die von einem Designer benutzt werden können, in der Möbelliste und platzieren Sie im Büro. Dieser Schreibtisch ist der Ort, äh, an den alle unsere kreativen Formen an dem Kumpel. Also gehen wir hier drauf. Da ist das Spiel pausiert, dann hört auch die Musik auf. Gucke an. Holzwerkbank, Arbeitsmöbel für, äh, Ingenieure, Arbeitsmöbel für Designer und Forscher, äh, Arbeitsmöbel für Designer und Forscher. Okay. Das gibt sogar einen Umgebungspunkt und kostet, äh, kostet, äh, 250 mehr. Dann machen wir das Ganze mal und setzen das Ganze einfach mal hier rein, würde ich sagen. Boah. Ich glaube, das passt mir am besten. Zack. Und dann passt das Ganze wieder. So, mit unserem Designer, äh, mit unserem Designer bereit, ist es Zeit, unsere erste Konzeptionsproduktion, also Konzeptproduktion zu starten. Schauen Sie auf Ihren Bildschirm. Hier sehen Sie die Option Konzept erstellen. Klicken Sie darauf, um zu beginnen. Äh, hier beginnen unsere Ideen, reale in reale Produkte zu verwandeln. Okay. Also, ein Konzept erstellen. Okay. Dann Produkttyp. Konzeptstatistiken. Ah, ne, hier. Schraubendreher. Wir können Schraubendreher herstellen. Kostet uns in der Entwicklung 1806. Ein von einem Designer werden empfohlen. Dauert 0,1 Tag. Verkaufspreis 30 bis 106 Dollar. Für einen Schraubendreher muss auch ein toller Schraubendreher sein. Produktname, äh, können wir hier, äh, dementsprechend auch generieren lassen. Oh, ist ganz cool. Oder wir nennen ihn einfach der, keine Ahnung, der Schraubendreher, was weiß ich, 3000. So, weiter. Einfach mal Klischee behaftet lassen. So, Schraubendreher 3000. Ergonomie ist entscheidend für Komfort und Benutzerfreundlichkeit mit weniger Betonung auf Technologie und Ästhetik. Okay. Also können wir das Ganze, äh, hier mit, mit nach oben schrauben. Aha. Können aber auch die Technologie nach oben. Aha. Und da die Ästhetik. Ergonomie ist entscheidend für den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit mit weniger Betonung auf Technologie. Aha. Na ja, gut. Für den Schraubendreher ist eigentlich die Ergonomie mit am wichtigsten. Machen wir 10% so, 10% da und gucken, ob was wird. Produktion starten. So, unser Konzept ist jetzt in Produktion, aber gute Ideen brauchen Zeit zur Entwicklung. Behalten Sie den Fortschrittsbalken unter der Projekt-Tab im Auge, im Projekt-Tab im Auge, also ich denke mal da oben, ja. Äh, sobald es abgeschlossen ist, gehen wir zum nächsten Schritt über. Sie können die Zeit verlangsamen oder beschleunigen oder das Spiel mit Steuerungen unter mir sogar pausieren. Ah ja, verstehe. Also hier einfach wie immer kann ich das auch, ich kann es auch mit 1, 2, 3, okay. Das haben sie so übernommen. Freut mir. Dass man mit WASD nicht die Kamera bewegen kann, ist ein bisschen doof, um early zu sein, aber egal. So, na dann lassen wir das jetzt hier dreimal vorspulen. Sehr schön. Technologie 10 von 10, Ästhetik 10 von 10, ergonomisch 10 von 10. Gucke an, haben wir doch geschafft. Okay. So, jetzt brauchen wir einen Ingenieur, um unser Konzept zum Leben zu erwecken. Klicken Sie wieder auf das Ding-Symbol, Mitarbeiter, äh, suchen Sie nach, das ist ein Ingenieur, wenn es ja ein Ausseher unserer Bedürfnisse entspricht. Ingenieure sind entscheidender für unsere Entwürfe in echte, profitable Objekte, Produkte zu verwandeln. Dann Mitarbeiter suchen, Ingenieur. Ja gut, es gibt momentan nur Leute, die halt Kohle kosten, ne, der Gabriel, der Dings, der Jara, dann stelle ich wieder einen günstigsten Ei, würde ich sagen. Jo. Das passt soweit. Als nächstes benötigt der Ingenieur einen Schreibtisch an unseren Produkten zu arbeiten und mit der Einkommensgenerierung zu beginnen. Ja, das kennen wir ja bereits. Zack. Äh, ne Holzwerkbank. Sehr schön. Kann ich das eigentlich drehen? Muss ja auch irgendwie gehen, oder? Ach, RT. Hui, hui, hui. Ah, okay. Äh, packen wir die Ingenieure einfach mal hier so mit an die Seite. Wird denke ich mal mit am ehfachsten sein. Und dann passt das Ganze wieder. Sobald unser Ingenieurteil des Teams ist, lassen sie uns beginnen. Klicken sie direkt auf den Ingenieur in ihrem Büro und im entsprechenden Menü wählen sie Produktionslinien hinzufügen aus. Keine Produktionslinien hinzugefügt. Ah ja. Wählen sie dann das Konzept aus, was sie entwickelt haben. Weiß das Konzept der Ingenieur zu und mit der Produktion zu beginnen. Ah ja. Produktion. Also Produktion sie ihnen hinzufügen. 68 Dollar. Unser Schraubendreher 3000. Preis pro Einheit 43 Dollar. Gewinn pro Einheit 25 Dollar. Okay. Mindestens ein Dings ist nicht optimiert. Jetzt an der Zeit den Preis für den Konzept festzulegen. Klicken sie auf das Symbol, also auf das Dings-Symbol hier. Ich gehe mal davon aus. Konzeptplan bearbeiten. Im Abschnitt Konzept unten. Ah ne, hier. Okay. Das, das da. Und passen sie den Preis in den Schieberegler an. Zielen sie auf die beste Balance zwischen Kundenanziehung und besten Preis um den richtigen Preis und die Gewinne zu maximieren. Okay. Aber das ist ja dann eher, also ist das eher so, so für mich gefühlt oder was. Achso, hier. Tägliche Kunden. Hui. Ah, okay. Ja, 70 Dollar würde ich sagen, ist okay. Optimales Gleichgewicht und Verkaufspreis und Kundeneinstellen. Das ist das optimale Gewicht. 106 Dollar. Habe ich auch nur tägliche Kunden. Hat er nichts mit. Aber gut, wenn er sagt, das ist so optimal, bitte, dann habe ich nichts dagegen. So, dann müssen wir erstmal hier jetzt durchswiben. Weil nachts arbeitet hier bekanntermaßen ja keiner. Achso, das kann ich hier sogar einstellen. Nächster Tag. Hui. Sehr schön. 8 Uhr morgens. Konkurrenz, Tools, Schraubendreher scheint eine Pause zu machen. Lass uns vorwärts drängen. Marktanteil, Schraubendreher. Das ist unser Konkurrent. Der hat bester Verkaufstag 42. heutige Verkäufe 0. Prognose minus 8%. Naja, wir müssen jetzt erstmal mit unseren Ingenieuren hier wieder arbeiten. So, der hat jetzt hier kein Produktionskonzept. Okay, da haben wir hier die ersten Dinger hier mit drin. Der braucht immer neun Dinger am Tag oder was. Also neun Schraubendreher pro Tag kann jetzt einer herstellen, weil er braucht 52 Minuten in dem Falle. Gehe ich mal stark davon aus, um eben so einen Schraubendreher dementsprechend herzustellen. Okay. Nur so weit, so klar, so schick, so schön. Was haben wir denn eigentlich an Kohle? 8000, das ist nicht viel. Wohlgemerkt. 43 Dollar Produktionslinie. Ne, das haut ja so weit hin. Tägliche Kunden 13, tägliche Produktion durch Ingenieure 9. Also ich kann maximal neun solche Dinger hier dementsprechend herstellen. Aha. Gucken wir mal, Firmenvorteile, Mietausnutzung. Kann man hier sogar noch einiges dementsprechend hier mit anstellen. Wir haben auch was hier oben in der Forschung. Schraubendreher, Kreissäge. Aha, Elektrowerkzeuge. E-Book Reader, Mikrofon und Blu-Ray Player. Und ach, dafür sammeln wir dann die Forschungspunkte, verstehe. So, hier kommt der LKW. Ah ja, und der bringt uns dann dementsprechend die Kohle hier ein. Macht Sinn. Also je nachdem, wie viel wir halt herstellen, umso mehr lübt das Ganze dann. Verstehe, verstehe. Also macht ja dementsprechend auch Sinn. Aber wie gesagt, ein Schraubendreher, also das heißt, theoretisch gesehen, wir müssten jetzt noch mehr Ingenieure anstellen, um mehr Schraubendreher zu produzieren. Was ja auch irgendwo logisch ist und so. Deswegen stellen wir mal den hier noch mit ein. Da haben wir schon mal zwei Ingenieure. Stellen hier noch eine Holzwerkbank hin. So. Brauche ja produktive Arbeiter. Also, hm. Äh, Produktionslinie hinzufügen. Klick. So, und dann kann der das jetzt auch gleich noch mitmachen. Und da produzieren jetzt zwei und somit können wir schon mal unseren Output in dem Falle ja mit verdoppeln. Ach, da kommt noch mal jemand. Umholz ab. Verstehe. Nächster Tag. So, bester Verkaufstag. 9, 42, okay. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher. Also, tägliche Produktion, tägliche Kunden. Ich wollte gerade sagen, dann können wir das nämlich jetzt ein bisschen anpassen, dass wir 18, 18 haben. Und, äh, dann stellen wir so viel her, wie wir auch tagtäglich mitverkaufen können. Anfrage von Jora Jora überlegt, ein persönliches Zeiterfassung einzuführen, um Produktivitäten bei der Arbeit zu identifizieren und zu minimieren. Nutzen wir mal. Arbeitszeiterfassung wird zur Ablenkung verringert die Arbeitszeit von, um minus 11 Prozent. läuft. Ah, Statistiken. Stimmung 82 Prozent. Umgebungsbonus 0 Prozent, Firmenbonus 0 Prozent, Gesamtbewertung irgendwas. Ne? Das sieht doch ja eigentlich erst mal ganz, ganz gut aus hier. Ne? Wir machen, machen Geld. Gut, die Leute kosten uns auch Geld, davon mal abgesehen. Aber mehr wie in Designer brauchen wir jetzt hier aktuell auch wirklich nicht. Die Frage ist halt, gucken wir hier, Deko, Kisten von Stapel, Umgebung 1, kleiner Mülleimer, so ein paar Pflanzen, schaden ja beganntermaßen auch nie, Möbel, guck mal hier, gibt es Umgebung 4. Das Ganze hier mal ein bisschen, ja, ein bisschen schöner machen in dem Fall. Kostet zwar alles ein bisschen Geld, aber, wenn es die Umgebung aufheitert, die Mitarbeiter damit eher zufriedener sind, oder weniger unzufriedener werden, sagen wir es mal eher so, dann ist das ja alles schon mal schön. Guck mal, Umgebungsbonus 1%. Aber was kann ich dagegen tun, dass die, ähm, dass die, dass die, die Dings hier, die Bums da hier, die, ähm, das sag ich schon, äh, dass die Zufriedenheit nicht so krass nach unten fällt. Urlaub? Ist es der Urlaub? In den Urlaub schicken. Ich glaube, das ist dann der Urlaub ab einem gewissen Point. Hm. Ah gut, ja, lassen wir uns jetzt erstmal hier so durchlaufen. Wir brauchen ja dann eh hier Forschung, also hier so, kommen wir eh nicht weit, 50, 30 bräuchten wir Minimum, um zwei Dinge herzustellen. Also dauert das Ganze sowieso noch. Der ist noch mit 55 Prozent, den kann ich auch erstmal sicher, der kann mal zwei Tage im Urlaub brauchen wir jetzt eh erstmal nicht. So, nächster Tag. So, und wir basteln die jetzt hier erstmal weiter. Da passt das, ne? Was haben wir hier? Marktteilnehmer. 0,4, heutige Verkäufe 0, Prognose minus 8, bester Verkaufstag, bis jetzt 18, logisch. Aber so viel scheint hier auch noch nichts zu passieren. Finanztechnisch gesehen geht es uns aus. muss man auch dazu sagen, also von daher, verkaufen zwar was, aber wir können uns hier Darlehens holen. Lagerbestand, Artikel auf Lager, tägliche Produktion, tägliche Kunden, Trend ausgeglichen, täglicher Saldo, wir machen 1000 jeden Tag plus. Und hier können wir aktuelles Eigentum, U kostet 2,5 im Monat. Das kostet schon ein bisschen, also wir können uns dann dementsprechend auch vergrößern in dem Falle. Okay. Gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir müssen mal hier noch zwei Ingenieure nochmal mit anstellen. Auch wenn uns das ein bisschen Geld kostet. Weil wir müssen, wie es in jedem Startup dann dementsprechend so der Fall ist, wir müssen uns vergrößern. Das Ding ist aber halt auch, wir haben hier kaum Platz, ne? muss man halt auch mal dazu sagen. Ich will schon gar nicht mehr wohin mit der, mit der Dings hier. Hier passt dann schon mal nichts hin. Hier müsste ich das theoretisch da hinschieben. Dann schiebe ich den mal hier rein. So, haben wir wieder ordentlich Geld ausgegeben. Machen wir hier bitte nochmal die Produktionslinien dran. Machen wir hier nochmal die Produktionslinien dran. Und dann können wir das Ganze nochmal ein bisschen optimieren. Da können wir nämlich deutlich mehr herstellen. Mindestens ein Konzeptpreis ist nicht optimiert, doch jetzt ist er optimiert. So, da arbeiten jetzt die Vierer hier dementsprechend mit dran. Und somit können wir schon mal deutlich mehr Schraubendreher herstellen. Du hast genug Forschungspunkte um das Produkt Blu-ray-Player freizuschalten. Das ist richtig. Aber, um den Blu-ray-Player freizuschalten, brauchen wir jetzt wiederum unseren Designer und der ist noch im Urlaub. Deswegen... Ah, E-Book-Railer kann man jetzt auch... Stimmt. Oh, das geht jetzt schnell. Aber ich brauche erst mal wieder meinen Designer. Der kommt nämlich erst am nächsten Tag wieder. Oh, wie sieht es hier aus? Artikel im Lager, tägliche Produktion 34, tägliche Kunden 35. Müssten da mal auf jeden Fall hier, zack, nächster Tag. Aber wir fallen nicht ins Minus. Das ist ja erst mal ganz gut. Ach, hier ist unser Designer. Sehr schön. Konzept erstellen. Ah, nee, halt. Das muss ich erst mal in der Forschung alles geben, ne? E-Book-Railer. Entwicklungskosten 2, empfohlene Designer 1, geschätzte Arbeitszeit oder Blu-ray-Player 2.1. 135 bis 118. 42 bis 136. Kostet aber dementsprechend aber da so viel Geld habe ich gar nicht. Komm, schalten wir mal den Blu-ray-Player frei. Konzept erstellen. Kostet 2.100. Na, dann machen wir mal Movie Pro hier. Und konzentrieren Sie sich auf Technologie für hochwertige Wiedergabe, Ästhetik für etwas Stil und Ergonomie hat keine Priorität. Also können wir das hier runter machen. Machen wir so Ästhetik, 80-20. und starten wir mal. Das wird teuer. Dann, äh, ja, wird das unser Designer jetzt hier entwickeln in dem Falle. Wir müssen zusehen, dass wir nicht ins Minus rutschen beziehungsweise, dass dann hier nochmal jemand kommt. Genau, den ganzen Spaß abholt. Technologie 9 von 10, Ästhetik 10 von 10, Ergonomie niedrig, 9 von 10. Okay. Konzept ist da auf jeden Fall schon mal mit dabei. Und jetzt kann ich ja hier Produktionslinien hinzufügen. Konzept. Produkt auswählen. Genau, dieser Movie Player. Macht der dann jetzt beides hintereinander weg? Also mal so, mal so oder wie? Oder kann ich den jetzt einfach hier davon abnehmen? Man kann jetzt zum Beispiel auch den sagen, hier, weg und machen wir mal hier diesen Movie Pro-Dings-Name dran. Das ist jetzt 2-2 und dann können wir das ja hier im Konzept wiederum ausbalancieren. Man könnte das hier auch wiederum optimieren slash ausbalancieren. Und dann hätte ich ja jetzt da 2-2 so frei nach dem Motto. Und stelle jetzt halt Blu-ray-Player und Dings her, ne? So, gehen wir gleich den nächsten Tag hier rein. Mindestens ein Konzeptpreis ist nicht optimiert. Der Schraubendreher, habe ich den hier wieder optimiert? So, jetzt ist er optimiert. Weniger produzieren beziehungsweise noch so viel produzieren, wie wir im Endeffekt auch verkaufen können. Sehr logisch. Und dann scheint es hier zu lüppen. Aber der eigentlich, ja, der ist in der Zufriedenheit wieder easy. Also im Endeffekt Leute in Urlaub schicken für 2 Tage und dann sind die dementsprechend wieder froh. Ist aber auch um Umkehrschluss. Wir müssen da deutlich, noch mal deutlich mal Mitarbeiter einstellen. Weil anders wird das sonst nichts. Kann ich hier? Warte mal. Zack. Was sind das hier eigentlich? Annehmlichkeiten. Wasserspender. Stimmung bei Nutzung 0,5 0,7 Na gut, kostet er bald auch wieder einen Haufen Masche, ne? Äh, verschieben. Genau. Kann ich den hier reinschieben? Sehr schön. Und dann kann ich doch den dann einfach mal hier noch mit reinschieben. Sehr schön. Ähm, dann passt das Ganze doch. So, und theoretisch gesehen, wenn ich dann jetzt hier so die Schränke und alles auch noch mit hier rüber ziehe. So. Die Pflanze mal hier hin. Den Mülleimer noch hier hin. Dann habe ich da hier drüben in der Produktionswerkstatt deutlich mehr Platz für noch mehr Ingenieure. So, sie haben die heutige maximale Verkaufsdämpfung für Schraubendreher 2018 von 2018 erreicht. Da wird der LKW heute keine weiteren Kisten dieses Produkts mehr sammeln. Oh, Stufe 1 freigeschaltet. Garage ist da, da glückwohnig. Von bescheidenen Anfängen bis zu unbegrenzten Möglichkeiten Belohnung plus 4 Fortschrittsanzeige. Ah ja, das generelle Fortschritt ist immer jetzt immer ein sogenanntes Garagen-Startup. Oder ein aufstrebendes Startup. Oder nee, Garagen-Startup, das aufstrebendes Ding ist so. Hm. Sehr schön. Also 20.000. Das nächste Ding ist dann ab 75.000. Habe ich dafür dann Vorteile? Ach so, das sind die Vorteile hier. Mietausnutzung. Rechtliche Schlupflöster und Nöschen, um niedriger Mietpreise für ihre Büroräume auszuhandeln. Büromieten und Rechnung minus 10%. Anfrage von John. John ist neugierig auf Experimenten von neuen Klebstoffen und um schnellerer Aushärdungszeit eine mögliche Verbindung widerspricht. Was man da ist, das beschleunigt. Neuen Kleber ausprobieren. Neuen Kleber ausprobieren. Die funktioniert wie versprochen und steigert die Produktivität erheblich, was die Arbeitsgeschwindigkeit von John um 12% erhöht. John Bestermann. Okay. Und da können wir dann Experten für Verhandlungen, Unruhestifter und Viertel. Das sind dann, ach hier, guck mal, hier geht es ja sogar noch weiter. Süße Freude. Bieten Sie Ihren Mitarbeiter Süßigkeiten, um Freude zu verbreiten, um ihren Tag zu erheben. So schafft es lustige Geschwindigkeit der Stimmungsabnahme minus 5%. Ja, dann nennen wir das doch definitiv. Und dann haben wir noch Influencerbeherrschung. Entwickeln Sie starke Beziehungen zu Influencern, Höhe Verkaufspreis für Produkte. Äh, so läuft er da. Also, ja. Ah, ja. Geheimer Wasserboost. Fügen Sie dem ProWasser spezielle Vitaminen zu, um niemanden etwas zu sagen. Mit dem weniger wahrscheinlich krank wird. Krank, minus 20%. Ah, also man kann das hier noch durchaus gut abarbeiten. Oder, eher gesagt, hier bearbeiten. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Also, ich finde das Spiel auf jeden Fall, wie gesagt, von der Dings her ist schon relativ niedlich, muss man ja sagen. Na. Wir haben ja 18 tägliche Kunden für den Schraubendreher. Wir machen so eh ins achte Stand jetzt, ne. Das ist okay, das ist jetzt nichts Besonderes, muss man mal dazu sagen. Marktbeherrschenden Dings haben wir ja nicht wirklich. Unsere Konkurrenz dreht ja schon noch ganz schön auf hier. Muss man auch mal dazu sagen. Aber, gut, wir sind halt hier auch klein. Ne. Also, man kann jetzt hier definitiv noch nicht wirklich viel machen. äh, das wegen. Aber, es ist schon mal, es ist schon mal okay. Man könnte jetzt neue Mitarbeiter einstellen. Vielleicht sind so hier, äh, wo ist es, Finanzen? Sind so Darlehens von 20.000, erforderliche Bewertung 10.000, haben wir ja sogar. 40% Zinsen? Alter. Taha. 40% Zinsen? Das, was läuft denn da schief? Das Niedrigste Ausnahmengand sind 19% Zinsen. 40% Zinsen. Macke. Naja, Berufrechnung bietet, das geht aber eigentlich. Die Gehälter machen halt viel aus, logischerweise. Aber ansonsten ist das ja eigentlich easy. So, zack, ist der Tag auch dementsprechend wieder rum. Wir können den nächsten Tag reingehen. Hm. Ich glaube, man müsste relativ schnell in ein größeres Gebäude ziehen, um das zu machen. Man müsste hier den jetzt in Urlaub schicken, theoretisch gesehen, für zwei Tage. Äh, und den jetzt so auch, weil das geht dann auch dementsprechend relativ schnell runter. Aber ansonsten eigentlich easy, ne? Zack, da kommen wieder Kohle rein. Können wir wieder neue Mitarbeiter anstellen. Relief, ja, ja, Zeiterfassung nutzen. Sehr schön. Arbeitsgeschwindigkeit um 15% erhöht. Forschungspunkte haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal nicht wenig. Können jetzt unter dem Mikrofon, den E-Rider und so weiter und so weiter herstellen. Also, an sich schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Und, also jetzt so als, so für die erste halbe Stunde prima daumen, so als Eindruck. Was sagt ihr dazu? Ist halt so Tycoon-mäßig, also, ja, sagt's ja auch Tycoon, ne? Also viel Verwaltungs, äh, Apparillo. Aber, ja, also sagen wir mal so, wer so Mad Games Tycoon und so gemögt hat, da wo es jetzt noch rein um Videospiele geht, hier geht's halt um viel mehr, ähm, kann man das definitiv machen. Also an sich gar nicht so verkehrt. Aber schreibt mir gerne mal da eure Meinung in die Kommentare. Und vor allen Dingen, soll man weitermachen? Oder, oder soll's das hier erstmal gewesen sein? Wär's ja auch ein bisschen abhängig davon machen. Aber theoretisch gesehen, ich weiß nicht, wie weit die Demo noch geht. Aber, ja, also so mal als kleinen Ersteindruck, also kann ich mir durchaus vorstellen, je nachdem wie viel's kostet, ähm, dass da mal vielleicht ein kleines Let's Play draus machen können. Also, spricht ja erstmal nichts dagegen, ne? Geht auf jeden Fall hier 40.000, das scheint jetzt hier in der Demo das höchste zu sein, also deutlich mehr Produktionsräume hier, ne? Aber, ja, why not, why not? Also gar nicht mal so verkehrt, recht niedlich. Naja, schreibt mir aber gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Beenden wir erstmal hier die Folge für den heutigen Tag. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video gegebenenfalls wieder, wenn ihr mögt. Äh, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn's euch gefallen hat. Und bis dennoch, hau der Renne. Tschüssigowski. Tschü-tü-lü-hü.